Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine neue Verheißung aus Jesaja 43, Vers 1 und da nur den letzten Abschnitt. Und da steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Gott sagt hier, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe sogar deinen Namen gerufen, deinen Namen, wer immer du bist, du bist mein. Ich möchte es noch ein bisschen anders lesen. Fürchte dich nicht Bernardo, ich habe dich bei deinem Namen Bernardo gerufen, du bist mein Bernardo. Ich finde, es ist so gewaltig. Ein wunderschöner Vers, eine Verheißung, die tiefgehend ist, die unser Herz berührt. Nimm es an und lebe genau das hier. Gott wird dich mächtig segnen. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.